Welche Tiere holen sich ihren Anteil am ausgelegten Futter im heimischen Garten? Außer Vögeln, wie zum Beispiel Eichelheer. Eine Fotofalle wird mir das hoffentlich verraten. Nachtfalter kommen nicht in Frage. Nachts, da erscheint eine Wanderratte oder sogar mehrere, die ich vorher noch nie im Garten beobachten konnte, ja noch nicht einmal ihre Anwesenheit erahnte. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020